Das erste Mal an der Sonne, oder was man so Sonne nennt. Der Fiesler Storch wird aufgebaut. Was haben wir eigentlich heute, den dritten oder den vierten? Heute ist der dritte Juni 2012 und der Fiesler Storch wird klargemacht für den ersten Aufklärungsflug für die deutsche Wehrmacht. Die Piloten sitzen schon bereit, er hat einen Verbündeten an Bord. Aber noch geht gar nichts, weil erst mal die Flügel gerichtet werden müssen. Und da kommt der Feind. Der Feind rollt an. Direkt aus Spelle ist der Feind am anrollen. Vorsicht, nicht so dicht. Hier ist er, frisch aus Spelle. Moin Moin. Moin Moin. Moin Moin. Moin Moin. Jetzt wird er aufgetankt. Wohl. Wohl. 1 1 1 2 müssen Ahem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020